Hallo, Lars ja vom Kanal Lars fotografiert und filmt. In dem Video geht es darum, wie du dein Lightroom etwas flotter bekommst. Bleib dran, gleich geht es weiter. Schwerpunktmäßig geht es um Lightroom unter Windows. Ich habe zwar einige Jahre jetzt Lightroom auf Mac im Einsatz gehabt, habe mich aber jetzt entschlossen wieder auf Windows umzuschwenken. Hintergrund ist einfach, dass ich für meinen anderen Hauptkanal, IT-Zeugs.de gerne mal reinschauen. Dort gibt es Computer Tutorials, einfach einen schnellen, flotten Windows-Rechner braucht. Und das wäre eigentlich auch schon Tipp Nummer 1. Sieh möglichst zu, dass du einen flotten, schnellen Rechner hast. Dann ist es natürlich so, dass der unter Windows deutlich günstiger ist als unter Apple. Bei Apple hilft vielleicht ein Gebrauchkauf. Und das kann halt ein Grund sein, dass man jetzt auf Windows mit Lightroom das Ganze machen will. Es geht immer wieder in den Blocks herum, dass unter Windows Lightroom nicht laufen würde. Mit ein bisschen Tipps und Tricks klappt das aber doch ganz gut. Was heißt schneller Rechner? Auf jeden Fall eine SSD, also eine schnelle Festplatte, 16 GB RAM und schnellen Prozessor. Ich habe jetzt hier einen relativ modernen i7 drin. Und ja, das ist natürlich je schneller, umso besser. Gilt generell bei der Bildbearbeitung oder Videobearbeitung. Nächster Tipp. Voreingestellten Cache erhöhen. Das findet man unter Bearbeiten, Voreinstellungen, dann unter Dateiverwaltung. Hat man hier bei Camera Raw Cache Einstellung die maximale Größe von, ich glaube vorgegeben ist es 2 GB, erhöht das mindestens auf 20 oder 25 GB. Und es geht weiter. Also Smart Vorschauen verwenden. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier, wenn ich über Datei gehe, Fotos und Videos importieren. Hier sucht ihr immer auf der ganzen Platte. Da gibt es auch noch einen Tipp dazu. Dann kann ich hier den Hakensätzen Smart Vorschauen erstellen. Dadurch werden die Smart Vorschauen generiert, wie der Punkt eben auch heißt. Die Smart Vorschauen brauchen weniger Platz und man arbeitet dann mit diesen beim Entwickeln. Und das geht eben dann entsprechend flotter. Möchte ich die Nachteile erstellen, gehe ich über Bibliothek, Vorschauen, Smart Vorschauen erstellen. Damit die dann aber auch wirklich beim Editieren verwendet werden, braucht es noch eine Einstellung. Da geht man wieder über Bearbeitungen, Voreinstellungen, unter Leistung und hat hier bei Entwickeln für Bildbearbeitung anstelle der originale Smart Vorschau verwenden, was man aktivieren muss. Wenn wir gleich an der Stelle sind, ein weiterer Hinweis in vielen Beiträgen zum Thema heißt, man soll den Grafikprozessor abschalten, also die Verwendung des Grafikprozessors. Ich kann es bei meinem System nicht nachvollziehen. Je nachdem, wenn ihr ein anderes System habt, anderen Grafikprozessor, mag das was bringen, probiert es einfach mal aus. Der nächste Punkt ist ebenfalls nicht ganz unumstritten. Wenn ich jetzt hier wieder auf Datei gehe, wollen wir das Fotos, Videos importieren. Dann lohnt es sich die Vorschauen zu erstellen und zwar die 1 zu 1 Vorschauen. Vielfach wird argumentiert, Standard reicht auch aus. Ich habe das Gefühl mit 1 zu 1 läuft es doch etwas schneller. Ja, gerade so Zoom-Sachen, das funktioniert besser. Hier auch wieder, wenn man es nachträglich erstellen will, ähnlich wie bei den Smart Vorschauen, Bibliothek, Vorschauen, Smart Vorschauen erstellen. So kann ich es nachträglich erstellen, wenn ich es beim Importieren nicht erstellt habe. Dann haben wir noch die Adressensuche und die Gesichtserkennung, wo Outlook quasi dann nach verwandten Gesichtern und nach den Adressen sucht, falls du eine Kamera hast, die GPS-Koordinaten mit überträgt. Das lohnt sich eventuell abzuschalten. Das macht man hier, indem man auf seinen Namen klickt. Und jetzt hier, so läuft es. So ist es angehalten, dass beides anhält. Ich brauche so eh nicht. Ich nutze beide Funktionen. Ich habe kein GPS in der Kamera. Und von daher Gesichtserkennung ist mir jetzt auch, weil ich relativ wenig Porträt mache, relativ wurscht. Und wenn man es denn mal braucht, kann man ja das auch mal laufen lassen, wenn man nicht am Rechner arbeitet. Ebenfalls soll es was bringen, wenn du bei Entwickeln das Histogramm ausblendest. Natürlich braucht man das Histogramm eigentlich auch für die Entwicklung. Man sieht ja quasi die Helligkeit. Histogramm ganz kurz. Ist das Bild dunkel, dann sind die Anzeigen hier am linken Rand. Ist es zu hell, dann sind sie am rechten Rand. Und mit dem Histogramm kann ich halt die Ausrichtung nicht nur nach dem optischen Eindruck, sondern auch nach der Verteilung selber kontrollieren. Gerade wenn du aber so durch die einzelnen Bilder durchklickst, soll es etwas bringen. Ich habe es nicht so arg nachvollziehen können, wenn du das jetzt hier einklappst. Weil er das hier jedes Mal generieren muss. Ja, könnt ihr mal ausprobieren. Nicht so wahnsinnig, macht nicht so wahnsinnig viel aus, aber vielleicht ein bisschen. Jo, dann gibt es noch einen kleinen Fix. Und zwar gibt es die Möglichkeit, ein Windows-Programm, eigentlich jedes beliebige Windows-Programm, mit einer erhöhten Prozesspriorität zu starten. Dazu legt man so eine Startdatei an, die hat die Endung cmd. Da kommt dann start slash high, dieses Doppel.chromus rein und dann der Pfad zu der Exit-Datei. Damit wird Lightroom mit einer etwas höheren Priorität gestartet. Das soll auch nochmal ein bisschen was bringen. Ich habe den einen, das bringt was. Ist halt natürlich eine Sache, wo man nur unter Windows machen kann. Ebenfalls bringt was, wenn man den Katalog regelmäßig optimiert. Das geht über Datei, Katalog optimieren. Meines ist noch sehr klein. Jo, dann haben wir noch eine Sache. Wenn man Datei öffnen, machen, Datei, Fotos und Videos importieren, dann dauert das unter Umständen recht lange, weil er jetzt auf der Festplatte nach einlesbaren Dateien erstmal sucht. Das hatte ich sogar schon mal noch länger, noch schlimmer. Und zwar war da die Ursache, dass ich auf der Festplatte Hero-Dateien hatte, von der Kamera, die hier von meinem Lightroom, ich setze ja hier noch die letzte Zahlversion ein, nicht unterstützt wird. Und da kam, selbst der Windows Explorer hat ewig gebraucht, um diese Dateien darzustellen. Und hier hat er irgendwie ewig drauf rumgerödelt, bevor dann dieser Dialog kam. So ist es auch schon relativ lang. Ich habe allerdings jetzt hier in dem Unterordner sämtliche Bilder, zwar nur die JPEGs. Und wenn ich die jetzt wegmachen würde, würde es nochmal deutlich schneller gehen. Das soll es gewesen sein. Es gibt auch noch weitere Guides, die nicht von mir sind, um Lightroom zu optimieren. Ich verlinke euch da mal welche unten in der Beschreibung. Auch auf meiner Website gibt es das Ganze nochmal zum Nachlesen. Auch da der Link unten in der Beschreibung. Und ja, ich freue mich wie immer, wenn ihr ein Like hinterlasst. Das Ganze hier vielleicht auch mal shared, damit der Kanal ein bisschen bekannter wird. Und falls der Kanal noch nicht abonniert wurde, dann natürlich noch Kanal abonnieren. Das hilft auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut und bleib vor allem gesund. Ciao. Ciao.